Ja Edgar, ähm, wer war das? Was ist passiert? Das Hospital wurde attackiert. Wir haben die Patienten verletzten, zumindest einen tot und mehrere verloren. Das ist aus der Kontrolle. Auch die meisten Infernen sind gefragt, dass sie nach Hause zurückkommen sind. W-w-w-w-was? Wir wurden angegriffen? Ein paar Mal eigentlich mehr, die wir bewerten. Nein, das verbrauchen wir uns hier hergestellt werden. Fürchten sie um ihren Ruf? Nein, dann... Wir können nicht die Menschen verlieren in diese Institution. Dieses Hospital ist ihre einzige Hoffnung. Natürlich, du bist richtig. Aber wir können nicht ein öffentliches Skandal sein. Es würde uns zerbrechen. Wir müssen die Ordnung, und schnell. Du hast einen sterben Patienten erwähnt. Wer ist er? Sie, Jonathan. Sie war Frau Harriet-Jones. Ich habe ihre Wohnung gefunden, wie eine Schwerterhaus. Blut überall. Sie sind überall. Die Ordnung-Nurse ist der Müll. Ah ja. Äh... Ich habe nicht den Kopf für sowas. Ich werde ihnen helfen. Ich bin schon wieder ihre einzige Hoffnung. Ich werde ihnen helfen. Ich werde ihnen helfen. Er wurde dann aufgeräumt. Er wurde dann aufgeräumt. Und so wurde Hampton mehr Biest als Mensch. Genau. Und jetzt ist der Gäste von Pri-Wenn der Verwärter des Hirns der Vampir-Aktivität. Hm. Ja, da haben sie eigentlich nicht ganz unrecht. Ja, die werden doch nicht angreifen. Ich setze schon Hampton. Okay. In den East End Docks. Jawohl. Das heißt, die müssen so oder so da runter. Das heißt, jetzt gehen wir hier wieder auf die Docks. Schauen mal. Wo war deren Mission? Findet ihr in den Totengräber Ginflaschen aus dem Vorrat? Die sind hier. Bombenanschlagort? Keine Ahnung. Auch irgendwo in den Docks. Auch irgendwo in den Docks. Ja, da ist die Blutspur. Die Gwyneth macht schon sauber. Ach. Pippa. Kann sich ja mit jedem auch hier überdingen. Und ja, ja, das war ihr Raum. Schauen, da war er umgeguckt. Kann ich jetzt mal mit Selma reden. Aufmerksamkeit, Miss Howcroft. How are you tonight? Ich brauche Blut, Doktor. Warm, rich, vibrant Blut. Offenbar gab's davon ja hier eben einiges. Okay. Oh, komm ich sogar hier die Seite. Ähm. Red ich mal hier mit dir. Du sitzt die ganze Zeit hier rum, Mr. Elwood. Grund für ihre Verletzungen? Oh, ich kann da was Neues fragen. Oder konnte ich dich schon mal fragen? Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Was ist denn wirklich passiert? I went with a whore in Ruan. Dead drunker was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Okay. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by Germans. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Mhm. Beautiful is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Prettyface. Why lie about it? Come on. One thing to come back disfigured. Beauty. Says Mr. Oh my god. Yeah okay. Da haben wir verkackt. Can you tell me anything about the recent events at the hospital? Before the shouts and the noises. I think I heard whispers coming from the stairs. Two voices. Maybe more. How did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. It sounded like they were arguing or something. With him. Okay. Ja. Einen Hinweis haben wir jetzt leider verloren bei ihm. Deswegen ist er jetzt nichts mehr wert. Ich mesmerieren könnte ihn. Goodbye for now, Mr. Elwood. Wenn ich ihn mesmerieren, muss ich die Selma auch mesmerieren. Goodbye. Er ist hier wieder. Good evening, Nurse Branigan. Good evening, Doctor. Schwester Gwyneth. Über sie haben wir auch ein bisschen was ausgefunden. Unprofessionals Verhalten können wir jetzt nämlich auch fragen. Sie alles haben. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patients life is at risk. And I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, Nurse. Yes, Nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no. So, that's unbecoming conduct. Okay. Sie irren sich. Falsche Zeit, falsche Ort. Oh. Sondern nach dem Prinzip wären wir in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, könnte sie da auch hier Ding sein. Äh, dann könnte sie auch gut sein. Ärztin werden. Aber hier halt nicht. Ist doch die neutraleste Antwort von den dreien. Falsche Zeit, falsche Ort. Sie haben Unterstützung. Ist so. Ja. Sie haben es ja richtig gemacht. Aber es war halt, sag ich sie, nur vom Prozeter her falsch. Weil sie irren sich. Ein Doktor hat immer zu entscheiden. Ich sag falsche Zeit, falsche Ort. Ich sag falsche Zeit, falsche Ort. Ich verstehe deine Frustration. Ja. Wo ist die Deiche? Wo ist die Frau Jones' Körper? Ich weiß nicht. Ich habe die Morgue gedacht. Es passiert alles so schnell. Sie haben es aber echt schnell mit dem Wegbringen. Ich glaube, ich sah eine Silhouette, die die Morgue zu gehen, nachdem die Schreien angefangen hat. Erstens dachte ich, es war jemand, der einfach Angst war. Aber vielleicht war es ihm. Vielleicht ist sie auch eher vor Schreck davon gelaufen. Wenn die zwei Leute, die den Mord begangen haben, gestritten haben, wo er das gecheckt hat. Aber wir gehen mal zu Pippa. Aber ich glaube, der Sean Hampton war es gar nicht. Aber die Pippa ist da drüben. Hier haben wir sie. Bisschen dunkel hier. Es ist lockt, okay. Es ist lockt. Guten Abend, Nurse Hawkins. Guten Abend, Dr. Reed. Milton schützt die Patienten aus ihrem Geld in diesem Krankenhaus, Pippa. Bist du sein Freund? Ja, ich bin. Ist das deine Definition, dass es sinnvoll sein wird? Durch die Krankheit und die Schmerzen? Nein. Es ist meine Definition, dass es dieses sinnvolles Leben zu gehen, einmal und für alle. Aha. Mir fehlen noch zwei Dinge. Warum war es hier? Okay, das ist kein Auswahl. Warum nicht? Die meisten der Sickern, die für ein Bett haben, sind bereits tot. Oder werden wir bald sein. Da haben wir jetzt eine Auswahl wieder. Das ist immer wenn das Vampirzeichen in der Mitte ist. Das habe ich vorher voll vergessen. Wenn das Vampirzeichen in der Mitte ist, dann geht es um etwas Wichtiges. Ja, sind sie wirklich Zynismus? Würde sie nicht hätten? Sie... Verlangen einen Preis für Hoffnung. Okay. 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 Ja, das machen sie beide. Okay. Ja. 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 Was hat sie immer getan? Ich will mehr Infos... Okay. Das sind die Griniff und die Pippa haben wir schonmal. Selma und Ding. Das sind alle, die was hier sind. die wir heißen. Was ist hier hinten? Strickland, Morty, Ackroyd. Oh, warte mal. Hier, auf ihn habe ich hier noch den. Das ist draußen. Der Spotpunkt ist draußen. Das machen wir jetzt. Oh, schau mal, wer hier steht. Wir müssen hier hinters Zelt zum Aushorchen. Wie kann ich sicher sein, dass ich dein Unconscious body nicht findes in der Haus wieder findes? Ich versuche, dass du nicht findest, mein Unconscious body findes. Für Gott sei Dank, wie kannst du so sagen? Wie kannst du nicht zu hören? Ich versuchte dich für so lange. Nein, nein, ich lasse nicht, mein einziges Sonn sterben. Du hast mir versuchte, dass du lebendig wirst. Dein Sonn ließ dir zu dir, wie der ganze Welt ließ zu uns. Hm. Okay. Morty hatte Vorsicht, das Leben zu nehmen. Ja. Können wir jetzt auch mit ihm sprechen, theoretisch. Tipper... Ach, die Grinev ist fertig mit dem Wischen. Ich wünsche mir, ich könnte sagen... Guten Abend, Milton. Guten Abend, Doktor. Ich versuchte, Leben zu retten? Ja. Wie immer. Erstmal, wir können... Wenn er Geld haben will. Wo hast du die Idee, für so einen immoralen Scam? Wunderlich, du solltest es fragen. Die erste Mal war es von einem Patienten, der mich beobachtet, um ein Bett zu bekommen. Sollte ich dann herausgefunden habe, dass ich ein Geld machen könnte. Hm. Admit es. Nurse Hawkins ist mehr als deine Lieferin. Sie ist auch dein Partner in Krieg. Natürlich ist sie. Wie kann ich noch sagen, welcher Bett ist frei? Ich muss das wissen. Hast du keine Schade? Nichts, das Stadt ist schrumpflich. Heute sind die Leute bereit, um ein Bett zu bekommen. Morgen, wir können uns für Essen kämpfen. Ja. Ich werde immer in die Idee fertig handeln. Ich würde gerne deine Goods sehen. Wiese Wahl, Dr. Reed. Eine rechtfertigende Schäuze ist, was jeder braucht. Hast du vielleicht wieder neue Rezepte? Nee, die Waffe hat er. Was? Ich glaube, so Zeug. Ich könnte natürlich die Shotgun mitnehmen, aber... Ich weiß nicht. Ich würde jetzt nicht einfach eine OP-Waffe kaufen. Ich würde... Ähm... Oh, hier ist offenbar die Leiche. Ähm, Lady Ashbury. Oh, Jonathan. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Augen... Puhere Frau... Ich bin nicht auf dem Grund, die sich schlugt. Ich bin nicht auf dem Grund, wenn ich sie anhaben. Ha, komplett trocken. Jeder stirbt irgendwann. Also... Eigentlich muss ich diese Option nehmen... Allein auf dem Grund, von dem T-Shirt, das ich anhabe. Denn, ich weiß nicht wie gut man es sehen kann, äh, so, steht Vala Morghulis, also all men must die, jeder muss sterben. Oh mein Gott, jetzt habe ich erst die zusätzliche Option gesehen, also ich meine, die Schuld liegt zum Teil bei mir, hm, ja, weil ich ihn gerettet habe, nö, das sehe ich jetzt nicht so, ähm, jeder stirbt irgendwann, all men must die, Vala Morghulis, oder? Oh, richtig geil, makaber, einfach so können wir diese Mahlzeit teilen, einfach einen Witz machen, einen sehr makaberen Witz, ich frage ich es nur nicht, wie er den verpackt. Alles stirbt, oder sollte. Jonathan, wie könntest du so etwas sagen? Ich habe ihr Mitgefühl, yay! Was wissen sie von Ascalon, das hört sich doch gut an. Er war riesig. Er war riesig. Er war riesig. Okay, was ist Ascalon? Was ist Ascalon? Okay, so ist das? Okay, so ist es, ich habe, okay, so ist es. Es war riesig. Ich habe ich eine bestimmte Herausforderung, wenn ich mit dem Witzel habe ich selbst, was war, oder? Oh, ich habe ich mir nicht gewusst. Okay. Ich habe ich, ob es hat einen gewissen, wenn ich mit dem Witzel ist, oder Keine Angst? Sehr wenig schreckt mich, mein Lieber. Zu verhindern, zu vermeiden, Symbolen der Hoffnung, hat mich nicht geholfen. Ist das ein Zeichen? Eine Hand von Gott in Aktion. Sind wir die Antworten auf den Himmel? Ich habe keine Antworten, Jonathan. Aber ich glaube, Superstition und Magik sind nur Fakt, die Lenz der Wissenschaft. Ja, ja. Ja, Jonathan. Der Hunger knurrt mich jede wachsende Stunde. Frankly, ich schweig. Okay. Temptation surrounds uns. Rich, vital. Wie kannst du resisten? Über die Jahre any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. Okay. Ja, ich glaube, ich bin da nicht ganz so. Danke, meine Frau. Ich hoffe, dich bald wiedersehen.